Wahnsinn. In drei Wochen bist du drüben. Ich krieg das erst, wenn ich da bin. Ich will auch in den Westen. Ich denke, deine Mutter will das auf keinen Fall. Das ist doch ihr Problem, nicht meins. Stell dir mal vor. Wenn wir beide da wären. In West-Berlin. Und dann? Sascha hat mir das hundertmal angeboten. Der holt mich raus. Über Ungarn. Da ist doch noch ein Kind. Das ist viel zu gefährlich. Stell dir das doch nur mal vor. Wenn wir beide da wären. Das wäre ein Ding. Dann können wir machen und tun, was wir wollen. Dann können wir zusammenziehen. Können wir doch auch hier. Hier? Na, vielen Dank. Nee. Entweder West-Berlin, Hamburg oder New York. Du spinnst. Ich komme auf jeden Fall zurück. Ich bleibe nicht im Westen. Das ist nichts für mich. Auch wenn ich zu dir nach West-Berlin kommen würde. Ich komme auf jeden Fall zurück. Ich bleibe nicht im Westen. Das ist nichts für mich.